Willkommen zu der dritten Folge von unserem Varo-Projekt. Mit Simon dabei. Lea noch nicht, vielleicht kommt ihr noch dazu im Laufe der Aufnahme. Ja, jetzt sind wir schon mal hier. Hier ist gerade SkySniper mitgejoint und wo seid ihr? Haben wir halt spawn geschrieben. Ja, was soll man sonst schreiben, damit er uns folgt? Okay, ein Scheiß seid ihr da, sorry. Ja, es tut mir leid, SkySniper, aber wir können dir leider nicht sagen, wo wir sind. Du bist unser Rivale und das, ja, jetzt baue ich hier mal weiter. Und jetzt habe ich ja, wie ihr seht, die Kamera an, die Cam, die hatte ich auch die letzten Folgen schon an, aber ich dachte mir da, nee, scheiß drauf, ich schaue richtig scheiße aus gerade. Ich hatte richtige Tränensäcke, also richtig müde war ich. Das, nee, mein Kack-Face lade ich da nicht hoch. Das ist nichts Neues. Oh. Oh, boah. Hä? Wo bist du gerade? Hä? 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 Ach, der ist tot! Hat der... Ach so! Ach so! Ach so! Der Spectated! Ja, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich habe es halt nur auf Eisen, äh, dir abgesehen. Ja. Tut mir leid für euch, dass ihr gestorben seid, mein Beileid. Ich denke mir auch schon gerade so, x-ray, ah, nee. Ey, wann war denn das letzte Mal, dass wir Minecraft gespielt haben? Bevor wir das Projekt losging? Oh, das ist keine Ahnung. Das war... Das kann über Wochen, Monate hinaus sein. Ja, und wir spielen jetzt beim PvP-Projekt richtig ungeübt mit. Ohne Minecraft davon zu gespielt zu haben. Ja. Hm. Ich nehme mir mal das Hühnchendach raus. Vom Ofen. Ja, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Jetzt wollte ich mir gerade Spitzhacken craften, dabei habe ich ja welche. Ich habe ja auch noch vorher angesprochen, als wäre ich ja... Ich bin so ein Idi. Hast du schon eine Eisenrüstung? Eisenrüstung habe ich, äh, nicht, ne? Ja, mach die mal, im Ofen ist Eisen. Okay. Jetzt im Ofen noch mehr Eisen. Was soll ich jetzt machen? Ich bin so vergesslich, wenn es um Minecraft geht. Das kann Simon bezeugen, vor allem mit dem FTB. Was soll ich jetzt machen? So. Eisenschwert mache ich auch gleich mit. Oh, ich auch. Nice. Lea? Hallo. Hallo schön. Wie geht's? Sehr schlecht. Hier ist Lava. Ich fühle mich erst sicher, wenn ich einen Wassereimer habe. Hast du... Ich habe einen für dich. Da ist aber kein Wasser drin. In der Kiste oder bei dir? Ja, toll. Ja, du kommst. Hä? Du bist wieder ganz schön leise. Hier Paul, wenn du Wasser findest... Doch, dafür kannst du was. Dankeschön. Nein. Doch. Paul, kannst du mir mal Diamant geben? Ja. Mein stolz erfarmter Diamant. Ha. Ha. Ah. Die erste Folge ist übrigens hochgeladen schon. Ha. Ich werde was tun werden. So. Damit hier jetzt ja nichts passiert, dass jetzt kein Skelett mich anschießt, da bin ich jetzt richtig paranoid. So. Ich gehe jetzt ganz nummer sicher. Hier. Da wo Lava ist, sind oft auch Diamanten. Ich habe so Angst, dass das wegpackt. Oh, Simon hilft mir. Ich glaube, ich habe das nicht richtig. Ach so. Ah. Ich habe euch gefunden. Hä? Also, spielt sie Crafter. Ich habe gefunden. Okay. Äh, 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 äh. Das Lapis Lazuli. Hast du schon, Simon? Ja, habe ich. Aber wir brauchen es sowieso zum Verzaubern. Ja eben. Hundertdrei Videos. Übertreib halt. Wie viel? Hundertdrei Videos. Tja. Ha. Voll die schlechte Qualität. Handig schlechte Qualität. Voll die schlechte Mikroqualität. Das ist eine geile Mikroqualität. Nein, das gibt es nicht. Daaaach. Nöööö. Boah, ich habe gerade richtig Schiss, dass ich in die Lava fliege. Alter, Paul. Was denn? Was ist los? Wie, du fliegst da jetzt rein? Nein, ich flieg da nicht rein. Ich bin... Ihr Verrecken. Ich bin gesichert. Ihr Verrecken. Hier kann auch kein Monster spawnen. Nee, hier ist völlig sicher. Hier kann kein Monster spawnen. Ihr Verrecken. Hast du mal einen Affe gegessen? Hä? Was ist denn Apfel gegessen? Hast du den Apfel genommen, der in der Kiste lag? Ach, der Apfel. Ja. Ich habe Apfel verstanden. Ich habe nur das Hühnchen gegessen. Achso. Was sind denn die Apfel jetzt? Seit dann... Ich weiß nicht. Vielleicht letzte Folge. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. War jetzt vor zwei Tagen schon her. Das ist ein Edgar. Edgar. Bei uns heißt es Alfred. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Alfred. Ja. Wir hatten ein Hausschwein, das Alfred hieß. Ah. Ist auch in der Folge zu sehen. Oh Papa! Was denn? Ja, ich guck doch gerade bei Spezi Crafter. Achso. Ja, einfach das neueste Video. Das mit dem Totenkopf. Ist ein Totenkopf. Ja, ist ein Totenkopf. Äh, wo? Beim Thumbnail. Ach, vor 21 Minuten. Achso. Äh, ja gut. Okay, das Thumbnail habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt noch keins bearbeiten können. Vielleicht mache ich noch eins. Achso, er macht ein Thumbnail und hat es noch nicht gesehen. Ich habe gesagt, vielleicht mache ich noch eins. Das heißt, dass ich noch keins gemacht habe. Wie ich einfach reingebrüllt habe. Wie ich einfach reingebrüllt habe. So, 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 so. Gefährliche Lava. Gefährliche Lava. Ich bin gerade sowas von paranoid hier. Aber ich sichere mich gerade so richtig. Sicherer geht's nicht mehr. Das ist einfach echt so wie... Ja. Auch keine Diamanten. Jetzt bin ich beleidigt. Dafür Gold. Ja. Ach, du bist das hier mal nicht. Denk mir, Alter. Ah, da ist ja noch so ein Gang. ach man wieder könnte die das ja du hast du hast du hast ja schon ein vortrag ja ein paar sekunden vor dir wie lange nehme ich denn schon auf hält das war doch nie alter okay dann war's das mal für die folge lasst ein leichter wenn es euch gefallen hat und man zieht sich in der nächsten folge